Leute, gleich kommt ein Name, dann könnt ihr bei Epic Unplasticion eingeben und ja, Leute, dann könnt ihr mich eingeben, hinzufügen und viel Spaß mit dem Video, yeah, ciao! Mein Leute, willkommen zu diesem freshen Video mit mir, den Rearband 6 und mein Freund hat mir ges... Oha! Oh! 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 Die andere hat sich dann auch mal wieder verpasst. Mein Freund hat mir gesagt, dass, da wo wir ganz am Anfang waren, dass da noch was wäre. Fahren wir jetzt einmal ganz schnell wieder hin. Weil... Geh aus. Und mein Freund ist heute auch dabei, aber der zerbte mich mit, weil er kein Minecraft hatte, oder? Oder hast du Minecraft? Please. Nur hoch. Oh Mann. Auf jeden Fall, der mag halt nicht so geil Minecraft. Ich produziere das Video jetzt. Bring's sogar... Ja klar. Und bring's sogar heute noch raus. Wahrscheinlich. Noch auf und zum Abfall. Ich schneide hier. Alles gut. Schweinecke. Ich spreche jetzt mal noch mal. Oh. Ja, hier war ich, hier war ich, hier war ich bei uns. Jetzt haben wir hier wieder am Tempel. Ich stell mal lieber einen Stock an die Hand, ne? Und mein Freund hat gesagt, weil er kennt sich halt besser. Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Das finde ich jetzt ein bisschen cringe, aber auf andere Mal einfach wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch ein bisschen gesammelt. Jo, was kippet denn ab? Dazu würde ich noch sagen, alle auf Instagram könnt ihr mir gerne auch folgen. Benchtrube 2019 und 1xxhelminaxx1 folgen. Und empfinde die Unterstriche, die Unterstriche der TV. Einfach nur 9. Wenn wir die Nacht machen. Also erstmal machen wir uns jetzt ein bisschen Kohle, ne? So, das können wir mit Kohle machen. Dann lassen wir einfach mal die Spitzacke rein. Okay. Okay. Morgen, also ich versuche immer mittwochs ein Minecraft Video rauszubringen. Und vielleicht dann so, ja keine Ahnung, wo ich Fortnite Videos rausbringe, ne? Also Minecraft mache ich wahrscheinlich einmal in der Woche oder so. Und Fortnite auch, aber ich weiß nicht an welchem Tag. Wahrscheinlich so ein chilliger Samstag oder so. Ja, oder Freitag. Freitag ist eigentlich ganz cool. Okay, immer Freitags kommen jetzt äh, Fortnite Videos. Damien? Alles. Sehr recht. Nicht mal. Ich werde mitdeal. So, also Leute, ich verlose auch einmal Mod, halt Moderator bei meinem YouTube-Kanal, das heißt, ihr kriegt bei YouTube Mod, dann könnt ihr Leute bannen und so. Also das verlose ich einmal, also einer kann Mod werden. Und wenn ihr Bock habt mit mir zu zocken, Minecraft oder Fortnite, ist eigentlich egal, schreibt einfach in die Kommentare, Also, Hashtag Fortnite oder Hashtag Minecraft, wenn ihr mit mir zocken wollt. Okay, Leute. Ah, gut, also, sieht gut aus. Also, ich wollte nur kurz sagen, Leute, hier, es ist auch schwierig, also, ist auch alles an, hier oft schwierig. So, hier kommt der Schlaf, warum, warum? Warum? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. Wo muss man kurz machen? Kurz abends. Nee, wirklich? Ich dachte, jetzt muss man morgen nichts aus Schule. Warte mal, wie jung war ich morgen zur Schule? Keine Ahnung. 7 Uhr, irgendwie 37 Uhr oder so. Oh man. Ey, Leute, ich spule es jetzt ein bisschen vor, also ihr seht es dann. Leute, es ist jetzt Tag wieder. Tschüss, wie wenig ist denn der Tag? Ich habe hier auch noch ein bisschen verbaut. Ich habe auch noch ein bisschen runtergegraben. Also, da drin gegraben. Da hat ein Seetang. So, Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal gleich ein bisschen Glas. 10 Glas. 10 Glas. Also, was ich versuche. Was ich versuche. Ey. Ah, okay, okay, okay. Ähm. Ich gehe so einen Gang hochzuziehen. Ich brauche erstmal eine neue Spitzsacke. Ähm. Stock. Was ich versuche, ich versuche hier drauf noch ein Haus zu bauen. Also, hier so. Ich versuche, 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 ich versuche. Das war's für heute. So Leute, ich baue jetzt hier so eine kleine Etage. So Leute, ich baue jetzt. So Leute, ich baue jetzt hier. 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 So, 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 ich baue jetzt hier. So. So Leute, ich muss mich grad bisschen konzentrieren, darum rede ich nicht so viel und denke an Schule und so, ich muss morgen nämlich ne Präsentation machen, da drauf hab ich so gar keinen Bock. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, ich skipp das einmal für euch, ich farm jetzt ein bisschen und ja, ciao. Okay Leute, ich bin jetzt wieder da, hab bisschen gefarmt, ich will mir jetzt diese Stöcke machen, was bringt das? Stock. Hä? Ja, ich will mir das machen, dafür brauch ich Spinnen. Okay, auf jeden Fall hab ich jetzt Sand. Sand hab ich ganz viel gefarmt. So, Sand kann ich da reinpacken. Holz hab ich auch noch bisschen gefarmt, Leute. Ich hab ein bisschen einfach für uns gefarmt. Ich würd sagen, packen wir einfach mal oben hin. Weil es ist doch langweilig für euch, wenn ich die ganze Zeit da sitze und farme, also laufe und farme. Die Stöcke kann man immer benutzen. Achso, die Karte brauch ich auch. Das brauch ich auch. Das brauch ich auch nicht. Und das auch nicht. Doch, das brauch ich. Man kann die Stein zu wenig haben. Man kann die Stein zu wenig haben. So, ich brauch jetzt erstmal ein deftiges Schwert. Meine Axt muss ich gleich noch raus holen. Oh. Höh,iram. Ich mach auf meine Säge. In der Fall ist das Wasser. Ich mach auf meine Säge. Und das ist das Wasser. Ich hab jetzt eine lange Zeit, bis zur Zeit, bis auf das Wasser raus. Ich habe jetzt woanders abgehängt. Ich hab mich in den Säge. Ich hab jetzt mal in die Säge. Die Stöcke, bis nach zum Säge, bis zum Säge. Also hab ich im Arsch. Ich hab mich in die Säge. So, meine Axt ist kaputt. Das war's mal wieder komplett. So, also ich baue hier jetzt ein kleines Häuschen hier oben drauf noch. Hmm, die-die-die-die-die. So, ich bin es jetzt so. Oh, ich möchte es sein. ich brauche auch mal Essen ich muss mir meine Plantage anbauen das nervt einfach nur die ganze Zeit Hunger und ich sterbe sind meine Sachen weg aber ich habe keinen Hunger mehr dann muss ich wieder hierher schwimmen muss ich wieder das Video also schneiden weiter das ist dann viel Aufwand nur wegen Essen das riecht Rhea richtig auf alter alter ich muss das Video das wird einer der anspruchsvollsten Videos ich mache zwar keine Hintergrundmusik und so aber ich muss sehr viel reinschneiden weil ich das ist selbst der fünfte Part oder so wenn ich jetzt hier mache ich die ganze genervt werde von meinen Freunden kann ich hier so ein Gang rein machen ich könnte mir gerne auf Instagram folgen man kann auch gerne meine Freunde auf Instagram folgen also eigentlich könnte ich jeden auf Instagram folgen von meinen Freundinnen und Freunden aber ich schreibe einfach mal in die Kommentare wenn ihr alles folgen könnt auf Insta würde mich auf jeden Fall freuen wenn ich bei jedem mal vorbeischauen würde ich bei jedem das ist ein Baum das ist ein Baum und das ist ein ganzes Baumleben Hallo Hallo Leute ich sag's euch es kommen die ganzen Leute in die Party die Nerven da rum dann muss ich alles wieder von vorne machen Wäm all Jungs 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 alle kommen wir sind Party warum Wäm wann kannst du ja �ن aconteceu bleibt noch ein paar Minuten Para Leute und schick stadtpaar 100 auch in der vor schreibt alles in die kommentare weniger auch auf uns morgen mache ich auch ein live stream also bitte bleibt noch kurz okay ich muss gleich noch kurz zu sagen und leute das video kommt wahrscheinlich erst morgen morgen mache ich ja noch ein live stream mit damien ist wegen den sitz ich hätte die sitz die abo ich bin werfen mit steinen und das war's auch mit diesem video